So Leute, was geht? Heute habe ich mal wieder eine Unlimited Money Methode für euch, aber bevor wir jetzt damit anfangen, will ich euch nochmal ganz kurz sagen, dass ich heute ein Unlock All und Modded Account Gewinnspiel auf meinem Kanal habe. Dafür müsst ihr nur ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Piero, warum ihr gewinnen wollt und mir auf Instagram folgen, meine Bilder liken und dann habt ihr die Chance auf ein Unlock All und Modded Account. Natürlich lasst jetzt schon mal ein Like da, lasst ein Abo da und teilt das Video an eure Freunde. Vielleicht schaffen wir ja noch, bevor der Dezember anfängt, die 5000 Abos, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Das heißt, wie gesagt, lasst alle ein Abo da, 5K in coming, Hashtag 5K in die Kommentare. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an mit dem Video und was müsst ihr jetzt machen? Geht auf Online-Job-Spielen, Gegner-Modus und geht auf den Gegner-Modus Condemned, der jetzt mit dem Halloween-Update dazu gekommen ist. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz in einigen Schritten den Gegner-Modus erklären. Also, es gibt vier Spieler und davon ist einer der Verfluchte. Es ist so eine Art Verstecken, also ein Suchen und Verstecken. Es gibt den Verfluchten und drei Leute, die wegrennen. Der Verfluchte hat eine Waffe, ja gut, die anderen auch, aber man sieht den Verfluchten, weil er, ja, rot leuchtet, er brennt halt. Und daran kann man ihn halt erkennen und der Verfluchte muss halt jetzt andere töten und denjenigen, den er jetzt getötet hat, der wird dann zum Verfluchten. Und unten rechts habt ihr eine Leben-Anzeige, das heißt, wenn ihr jetzt länger, solange ihr verflucht seid, geht euer Leben immer ein bisschen weiter runter. Wenn ihr jetzt jemanden tötet und der andere verflucht wird, geht sein Leben runter. Und der am Ende dann halt alleine ist und der hat halt gewonnen, ne. Es ist halt so ein K.O.-System. Derjenige, der ausgeschieden ist, hat dann halt verloren und dann die anderen spielen weiter und so weiter, ja. Ich muss sagen, der macht richtig Spaß, wenn ihr es mit Freunden spielt, wenn ihr mal wieder keine Freunde habt, dann guckt in die Kommentare, schreibt euren PSN-Namen rein und fragt nach jemanden, der vielleicht mit euch spielen will. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video. Vielleicht schaffen wir ja noch vor Dezember die 5000 Abos. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und ich würde sagen, bitte Feedback in die Kommentare. Ich bin jetzt aber raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage jetzt aber, haut rein. Am Ende werdet ihr jetzt nochmal sehen, was ich damit verdient habe. Und ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein. Servus und ciao. Ciao.